Du möchtest Gitarre lernen und Songs deiner Lieblingsband und Generisten nachspielen? Weißt aber nicht so richtig, wie du anfangen sollst, welches Lehrmaterial du brauchst und was du alles beachten musst? Mein Name ist Ralf Hiebelkorn, Gründer und Inhaber der New Music Academy, Europas Musikfernschule Nummer 1 und blicke mittlerweile auf über 30 Jahre Video-Fernunterrichtserfahrung zurück. Egal ob du bekannte Songs im Soli sowie rockige Riffs und Licks auf der E-Gitarre performst oder Fingerstyle und Songbegleitung auf der Akustikgitarre spielen möchtest, In zahlreichen Modulen erklären wir dir Schritt für Schritt alles zu Themen wie Grundlagen, Basiswissen, Harmonielehre, Rhythmik, Haltung, Begleittechnik, Akkord und Solospiel. Du lernst alles zu den Spieltechniken wie Palm Mute, Bending, Slide, Vibrato, Strumming, Fingerpicking und hast einen Fernlehrer an deiner Seite, der dich persönlich und individuell betreut. Hol dir jetzt unseren Einsteigerkurs für Akustikgitarre oder E-Gitarre und teste ihn vier Wochen lang völlig unverbindlich und kostenlos. Und los geht's!